40 Jahre offene Kanäle in Rheinland-Pfalz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Neben meinem Studium an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz haben die offenen Kanäle wirklich zu meinem Alltag gehört, kann ich sagen. Ich durfte dort viele journalistische Erfahrungen machen, ich durfte dort Sendungen moderieren, in Redaktionsteams mitarbeiten, ganz tolle praktische Erfahrungen im Studio, im Schnitt machen. Das war immer eine wirklich tolle Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort. Ich habe sehr viel lernen dürfen, sehr viel lachen dürfen und denke immer noch gern an diese Zeit dort zurück. Die offenen Kanäle haben mir, aber nicht nur mir, ganz tolle Möglichkeiten geboten, sich weiterzuentwickeln. Journalistisch, handwerklich, im Schnitt, bei der Gestaltung von Beiträgen, in der Regie, beim Bau eines Studios. Und eben für mich persönlich war vor allem der Bereich Moderation, das Agieren vor der Kamera, ein Teil, der mich dort sehr, sehr weitergebracht hat. Die offenen Kanäle sind Medien von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger. Sie berichten ganz lokal, was vor Ort los ist, sei es Politik, sei es Wirtschaft, Kultur, ganz egal. Die Themen sind total vielfältig, ebenso wie das Leben auch vor Ort in Rheinland-Pfalz ist. Den offenen Kanälen in Rheinland-Pfalz wünsche ich auch weiterhin viele engagierte Mitglieder, viele engagierte aktive Leute, die sich in den verschiedenen Kanälen, in verschiedenen Funktionen und Positionen einsetzen. Dafür, dass dieser Bürgerfunk weiterhin so stark und so erfolgreich ist und sein kann, wie er das in den letzten 40 Jahren war. Allen Beteiligten der letzten 40 Jahre, von denen einige heute auch bestimmt dabei sind, nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Jubiläum.